Mein Name ist Markus Henzer. Ich bin 41 Jahre alt. Ich wohne in Briedl, wo ich in meinem Weingut lebe und arbeite. Am liebsten beschäftige ich mich in meiner Freizeit mit der Feuerwehr. Dort bin ich seit gut 26 Jahren aktiver Feuerwehrmann. In Briedl und auch bei der Stützpunktfeierwehr hier in Zell. Ich kandidiere für den Verbandsgemeinderat Zell. Besonders wichtig ist für mich die Stärkung des ländlichen Raumes sowie des Ehrenamtes. Ohne die ehrenamtlichen Menschen würde es viele Vereine in unserer Verbandsgemeinde nicht geben. Dafür möchte ich mich mit Ihrer Unterstützung einsetzen und werbe hiermit um Ihre Stimme bei der Kommunalwahl am 26. Mai.